Jetzt steht der Boss da wieder. Oh, das wär geil. Doch, noch nett. Ich war noch warte. Oh, 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 ja. Ja, eine, zwei. Ja, ich hab alle. Yeah. Endlich. So. Ähm, wollen wir zurück? Jo. Aber unterwegs alles töten, was wir finden, ne? Ja, klar. EP, ne? Genau. Umso schneller werden wir stärker. Und umso schneller sind wir Level 10. Da hinten hätt auch so ne scheiß Truhe noch gelegen. Ist hier noch irgendwo was? Ja, Gegner. Da. Da, Potato. Not today. Hehehehe. Oh, ja. Ah, ich werd verfolgt. Ich werd verfolgt. Du auch. Komm. Auf die Fresse. Verdient gelitten. Oh, ja. Da, 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 da. Ach, wir sind schon da. Ich bin da da. Ähm. Und wieder M drücken. Ähm. Oh, ich kann drei Quests wieder annehmen. Hehehehe. Ja? Du auch? Oh, ja. Ähm. Noch ne kleine Info zu dem Spiel. Dieses Spiel muss man nicht runterladen. Man kann's auf der offiziellen Homepage von Dragon Sun, äh, spielen. Und dann, ähm. Ähm. Einfach. Unmain. Spielen. Genau. Man hat vier Charakterslots frei. Also kann vier Charakere erstellen. Es gibt den Waldläufer, Zirkelmagier und Drachenkrieger. Bald kommt noch Han, äh, Schurke. Schurke wahrscheinlich. Ja. Ich bin Level 5. Yeah. Ich will auch Level 5 sein. Da fehlt noch kurz. Ein, ein Gegner noch. Ja, ein Gegner sag ich schon. Questgeber. Yeah, Level 5. Bitch. Und, oh, noch mehr Quests abgeben. Quests abgeben sind gut. Oh. Erstmal alle Quests abgeben. Hab ich schon. Nochmal so viel annehmen, ey. Wie ist dein Pirate von Ak Coronavirus? Ich höre gerade. Oh, na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. He escaped from the island. I was wrong. Captain Jake. Wo bist du denn gerade? Ich bin, äh, in Nähe Ausgang. Das ist nämlich noch eine Quest für mich. Und dann will ich erstmal meinen ganzen Müll verkaufen, den ich so hab. Wo willst du hin? Zur Schmugglerhöhle? Erstmal will ich verkaufen. Und dann, keine Ahnung. Jetzt schon links wieder raus. Na, ich geh wieder rein. Okay, das ist ein Ring mit freiem Sock. Okay, brauch ich nicht. Das ist ein Ring mit vier freiem Sock, brauch ich auch nicht. Das ist ein Amulett mit zwei freiem Sock, brauch ich auch nicht. Ein Handgelenk, das nicht sehr viel besser ist als meins. Brauch ich nicht. Äh, Essenzen. Essenzen. Mit... In the power, what do you see the ocean tonight? Oh, plus ein Schaden. Einmal hier etwas. Äh... Okay. Wo ist der Mann für die Essenzen? Erstmal suchen, hier. Aber bestimmt nicht. Oh, das sieht gut aus. Warte, fangt der. Du hast schon Ringe, das ist unfair. Alter, voll die geilen Schultern. Das ist so mies. Alter. Ja, ist klar. Stufe 1. Kein Wunder, dass die Leute immer so stark sind. Warum? Äh, wo stehst du gerade? Bist du noch drinnen? Ja. Dann komm mal hier hin. Hier. Hier unten bin ich. Hier. Hier. Warte. Lassen. Klick den mal an. Ja, ist klar. Ja, genau. Das hab ich auch gedacht. Und das nur durch Adamant, ja? Fickt euch doch. Hickt euch. Guck dir das doch mal an, ey. Soll ich mir die Rüstung holen? Dann müssen wir aber erst Adamant kaufen. Ach, guck dir mal die Stab an, ey. Okay, ich hab ja ganz andere Sachen. Aber das sieht so derbe geil aus. So eine komplett schwarze Rüstung. Sie sieht so richtig evil aus. Ich weiß ja, schwarz, ne? Ey, ich könnte mir einen richtig geilen Bogen holen, ey. Ich glaub, das mach ich sogar. Wie viel Adamant hast du denn? 600 noch fast. Ach, ich noch nicht ganz. Ach, man. Ich weiß, was ich demnächst tun werde. Was? Ich werd mir Adamant kaufen. Mein Monatsgehalt in Adamant umrechnen. Oh, das wär hart. Essenzen. Ja, da gibt's auch so derbe heftige Essenzen, ne? Essenz der Zerstörung. Plus 300% Schaden. 1200 Adamant für 999% Sets. Ich hab mir jetzt den Bogen geholt. Ehrlich? Ja. Ist der auch schwarz? Oder welche Farbe hat er? Blau, so. Aber egal, ihr macht 6 bis 9 Schaden. Zufällige Verzauberung um... 5,091% schnelle Angriffsgeschwindigkeit und plus 1 Schaden. Was denn? Och Leute, das ist so lustig. Ich hol mir Puff. Also, ja, für 5 selber hol ich mir sowas, ne? Ist klar. Wollen wir in die Höhle rein? In die Diebeshöhle? Mal gucken, was wir da bekommen. Klar, können wir machen. Sekunde, ich bin kurz noch beim Händler. Haben wir eine kurze, kleine Ausrüstung geholt. Bei einem anderen Händler. Händler. Okay. Okay, jetzt ist der Bogen übertrieben. So, 20 Minuten haben wir noch. Ey, jetzt macht mein Bogen 7 bis 11 Schaden. Krass. Äh, ich bin schon draußen, ne? Ja. Mal gucken, wie viel Schaden der macht jetzt. Ich glaub, der One-Head jetzt alles richtig. Ich hab mir einen Einhändler geholt und ne Kugel mit Block. Ach, schon wieder Werkzeuge. Nicht schon wieder Werkzeuge. Egal. Lass uns erst mal in die Diebeshöhle gehen. Äh, Schmugglerhöhle. Moment. Äh, wo können wir nochmal die Quests sehen? Äh, Kuh. Kuh? Oh ja. Ja, da müssen wir nämlich auch noch hin. Oh, da haben wir ein, zwei, drei Quests. Ne, das ist Grimmar Stone. Ja, ich weiß. Und da ist sie unten. Ja, aber wir müssen in die Diebeschmugglerhöhle. Nein, wir müssen aber erst nach Grimmar Stone. Schmugglerhöhle müssen wir erst eine annehmen. Da ist doch eine Quest. Ja, die wir erst annehmen müssen. Aber die andere haben wir ja schon. Verpiss dich, scheiße. Was soll das, ihr dämliche Skelette? Och. Ja, Kristalle weit. Scheiße, mir fehlt immer noch einer. Ah, ich hab den ersten Dings da schon. Erstens? Torfstecher-Sparten. Ja, den hab ich auch. Geil. Komm mal, Walz, Kristalle. Ich hab auch grad. Ja? Hä, wie? Ja, ich hab einen neuen Hals. Ich glaub, so eine komplett schwarze... Oh, geil. Gleich mal... Schöne schwarze Risse. Mit schwarzen Waffen und... Sama. Okay, bereit? Eins, zwei, drei. Normal, ne? Normal, ne? Ja, normal. Weil... ... 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 Ja, Pfeilgegner, die sind extra für dich. Bisschen spät. Oh, die Musik passt gerade richtig. Richtige Battleground-Musik. Richtig heavy. Oh Mann, du solltest die Kisten einsammeln und nicht die Gegner anklicken. Boah, muss man erst immer Aggro werden hier. Ich werde hier langsam Achterbahn. Jetzt ist hier Achterbahn, du Roddy. Sieben, wie viele hast du schon? Ich habe sechs oder so. Sieben, ich habe gerade noch eine Quest. Du hast sieben, ich habe sechs, ne? Ha, 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 Bordspiele. Ha, 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 ne, ich mich. Nein, danke. Ich bin H-Tilter oben. Oh ja, Verhaltskristalle. Ich kriege die Kiste an. Neun habe ich. Rein ins Gemetzel. Boom. Boom. So erleuchtet hier alles. Jetzt habe ich zehn. Ein uraltes Wissen ist Buch. Ich habe neun. Glückwunsch. Wir gehen nach oben lang, ne? Da ist ein Boss. Hier ist ein Boss? Gut, ist gut. Nehme auf die Fresse. Was für ein Boss? Schwachsinn. So was nennt sich heutzutage Boss. Iwas Bogen, Erlang. Was ne Pussy war das? Was ne Pussy? So. Wir zum nächsten. Oh, hier steht was. Sag jetzt nicht, das ist der Zauberstab, den ich mir gekauft habe. Fickt euch doch. Fickt euch. Fick euch. Kill drauf. Mann. Für den Dungeon nehme ich diese grünen Dinger. Oh, das ist ne gute Idee. Äh, setz dich erst beim Boss ein. Wie viel hast du denn von den grünen? Gehabt. Äh, 43 hab ich so. Drei von diesen Fingerknochenkisten hab ich grad bekommen. Wow. Oder vier. Bogenschützen. Uuuuuh. Na, Kampf. Alles weggefegt. Voll aggro. Uuah.